So, jetzt geht es also los. Der Schurken-Story-Modus. Du hast also den Schurken-Teil des Story-Modus freigeschaltet. Ich schlage vor, du legst sofort damit los. Es geht um den Aufstieg von Tomura Shigaraki. Ich bin auch dabei und stehe ihm zur Seite. All-For-One wurde als spielbarer Kämpfer freigeschaltet. Ja, das wird nichts Neues jetzt. Ja, mehr Feuerkraft. Feuerkraft, die sich eigentlich Schurken-Liga von dem Heldenmörder Stain erhoffte. Doch am Ende ist natürlich alles ein bisschen anders gekommen. Und ja, bin mal gespannt, wie so das Ganze jetzt erzählt wird. Naja, wie es natürlich erzählt wird, während der Helden-Story natürlich. Denn im Schatten oder wo Licht ist, ist auch Schatten. Und somit natürlich auch der Schurken-Modus. Weiter geht's. Und mit dem Schurken-Modus wird sowieso auch erstmal der Story-Modus vervollständigt. Ach ja, Ladezeiten. Die Saat des Bösen. All-For-One Comics. A Comics präsentiert. All-Might. 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 Ich habe auch einen Schwerpunkt für den Krieg, die Schwerpunkt der Schwerpunkt der Schwerpunkt als Erwin. Ich habe ihn mit dem Schwerpunkt gebetet, aber... Ich verstehe, dass du den Schwerpunkt der Schwerpunkt auf dem Schwerpunkt hast. Ja, bitte. Das ist der Schmerz, der Schmerz des Schmerzes. Ich möchte nur die Allmite verletzen. Ich möchte nicht alles verletzen. Ich habe mich sehr interessiert. Ich habe keine Ahnung, was ich in der Vergangenheit? Du bist... Ich bin der größte Schmerz. Geh! sagte er und so beginnt ein neuer Kampf. Gut, auch das erste Mal, wo ich jetzt den Heldenmörder Stain spiele. Also los geht's! Mit dem Katana legen wir los! Ja, eine Schöbe! Ja, eine Schöbe! Outcome was nicht. Achtere was. Ich�los. Und ich habe den Spετε, Er bringt mich verlinkt. Ja, und ich sehe dafür doch die Sp Clyde! Ich bin Musik gebt. Das ist eine gute Geschichte. Fremdlich. Wir werden nicht mehr über die Erinnerung nicht mehr zu erinnern. Es gibt ein Gefühl. Es wird nicht zu sein, dass es keine Beste zu erinnern wird. Natürlich. Deswegen wird es so. Es gibt viele Leute, ich weiß nicht, dass es nicht mehr so ist. Ich weiß nicht, dass es so ist, dass es allmite ist. Ich weiß nicht, dass diese Gesellschaft so großartig ist. Ich möchte, dass ich es nicht so großartig bin. Das ist das, was du? Ich bin der Sinn, wenn ich mich selbst verletze. Ich bin mir ein Problem. Ich bin mir vor der Augen, die Menschen zeigen. Ich bin der Sinn, aber ich bin der Niveau. Ich bin der Kommen der Niveau auf der Niveau. Ich bin der Niveau auf der Niveau. Ich bin der Niveau, aber es ist nicht zu Ende. Es gibt keine Ahnung. Ich muss mich nicht interessieren. Ja, genau. Ich muss mich nicht interessieren, oder? Herr... Die Fortsetzung folgt. Und weiter geht's mit... ...Warte mal. Hm, okay, das wird interessant werden. Wir haben uns und wir... Ah, ich habe Angst. Ich muss mich nicht interessieren. Ich muss mich nicht interessieren. Ich muss mich nicht interessieren. Dann. Ich bin der Fall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tja, im Grunde genommen ist aber jetzt trotzdem alles, was wir jetzt schon gesehen haben, bloß aus der Sicht der Schorken. Aber vielleicht haben wir dann auch noch gleich ein paar andere Sequenzen am Ende. Naja, wie dem auch sei. Weiter geht es. Der Angriff des Heldenmörders auf die Stadt Hosu geht jetzt erst so richtig los. Aber ein Vorteil ist natürlich... Ein Vorteil ist natürlich, dass wir hier kein Tutorial noch mehr und so weiter und so fort hier haben. Und dann kommt es, dass wir hier ein bisschen mehr so weitergehen. Wir haben nur ein ganzes Schorken-Hieros. Oder wir haben auch ein Kindes-Hieros. 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 Tja, dann wollen wir mal loslegen. Und eins und zwei und drei. Oh, verdammt, wir müssen mal Stopp machen. So, und weiter geht's jetzt. Hm, verdammt, kurze Unterbrechung aber. Und schon hängt man hier fest. Okay, das ist jetzt ein bisschen unschön. Heldenmörder. Jetzt lege mal richtig los. Was? Okay, kurz einmal eine Pause gemacht, schon aus dem Takt geraten. Und schon konnte man nicht siegen. Wie verdammt nochmal unschön. Okay, dann jetzt aber das Ganze mal richtig. Okay, jetzt geht's. Tja, ich sag doch, schon läuft es mal hier richtig. Tja, ich sag doch nicht. Ja, das war ja so viel besser. Du bist du für dich, der Du bist. Du bist ein偽物. Du bist du wirst. Du bist du bist, du bist du sehr. Du bist du bist, der du hast. Du bist du für dich. Du bist du hast. Du bist du hast. Du bist du bist. Eri Mizu. Tja, und so wird auch hier die Fortsetzung mal wieder fortgeführt. Deku ist jetzt zur Rettung gekommen. Und wir sehen dann erstmal, warte mal. Okay, interessant. Er ist gekommen, dass er sich nicht mit anderen Leuten verletzt hat. Aber ich habe auch ein Verwalt. Ich sage natürlich, dass er sich verletzt hat. Auf jeden Fall das Ende der Heldenmörder-Geschichte wird jetzt hier ein bisschen anders erzählt werden. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Also auch erstmal hier weiter im Text. Wir werden das schon schaffen. Und wenn nicht gar auf X. Leider nicht mit X plus Ultras. Aber was nicht ist, das ist nur mal nicht. Das Death Wish, will ich ran. Wir haben ihn von Hübert. Wir haben ihn von Hübert. Ich bin von Hübert. Wir haben ihn von Hübert. Mein Mann ist von Hübert. Ein guter Kader. Es gibt vielfälle. Aber ich habe ihre Zucht. Das Mord. Wir haben. Ich habe Angst, wer das nicht zu tun. Ich habe Angst, wer das nicht zu tun. Tja, dann soll es mal so sein. Spüre mein Katana. Spüre meine Messer. Spüre meine Kunais. Spüre meine Schuriken. Oder was der Heldenmörder sonst noch für Waffen hat. Okay, blöd gelaufen. Spüre meine Schuriken. 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 Schwerdkampf Wir wollen immer noch am besten umgehen. Wir wollen immer noch am besten umgehen. Finale der Heldenmörder-Story Obwohl nicht so ganz Es fehlen eigentlich ja noch Insgesamt Zwei weitere Kapitel Zuerst einmal mit Shoto Dann er sagt mit dem Heldenmörder Warte mal, nein Zuerst mit Shoto, danach kommt er sagt Das Team ab Und zu guter Letzt, ja mal sehen was da noch kommen wird Ja, zum Schluss müssen ja alle drei gemeinsam ja Gegen ihn kämpfen Also mal weiter im Text Auch Schurken haben noch was anderes zu tun Als Ladezeiten sie anzusehen Ich werde das Zeug Es sind nicht schäuert Es gibt jetzt noch einen schönen Mann Ich habe die Gegend, der nicht euer Gehen hier Ich werde dich nicht mehr Ich werde dich nicht verletzen Und die Schäuert Ich habe dich singen Niemann in einer Liebe Ingenium Ach se, Mann, ein Team-Up gab es jetzt schon. Ach se, Mann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tja, ein cleverer Win. Und bis jetzt ist er so gelaufen, dass wir bis jetzt immer einen S-Rangekriegt haben. Jetzt schon mehr S-Ränge als im Helden-Story-Modus zum Anfang. Tja, die Erfahrung war's. Die Erfahrung war's, dass er sich selbst schlägt, dass er sich selbst schlägt. Es ist ein Schmerz. Stopp. Jetzt... Ich... Stopp! Nari-Tem-Mont, bitte! Du bist auch gut. Tja, wir kommen wirklich mal wieder ziemlich gut voran. Ein Kampf nacheinander. Gut gemeistert. Und sieben mal eine an. Mit Nummer 50 müsste dann jetzt das Ende auch gleich gekommen sein, der Heldenmörder-Storyline. Wie passend, ja. Mit der Nummer 50 beenden wir dann auch den heutigen Part. Einfach wunderbar. Da müssten wir aber gleich auch mal wieder die eine Zwischensequenz ja gleich kriegen. Jornal-Storyline-Storyline-Storylinie-Storyline-Storyline-Storylinie-Storyline-Storyline-Storyline-Storyline-Storylinie-Storyline-Storyl 있는. Oder jetzt wird das Feld, bitte in Ordnung, bzw. bei der Liste. Bedeuteil sind wir hierher. Und wir müssen schließt es, was hier nochmal wieder der Herr SchöneInnen-Storyline-Storyline-Storyline-Story. Ich bin ein Gehneinem, und ich bin ein Gehneinem. Los geht es. Final Fight. Na, hab ich jetzt, sag mal, getroffen? Yo. Okay, noch behalte ich hier die Überhard. Und Kavonen. Tja, der S-Rang bleibt weiter bestehen. Kansal, der Sägelebt ist es fuer für die Einheit! Ich werde nicht, ich werde nicht kämpfen! Der Resipro! Es ist alles für die Gesellschaft. Ich werde das, was ich? Wir sind jetzt! You are a seriaD! Just go! Resiping! Extend! One Fall! Grutukorn! You're going to die! You're going to die! You're going to die! Die Hälfte ist... Die Hälfte ist... Das ist... ...ich... Tja, erneut mehr als dramatisch actionreich. Und das war dann eigentlich auch der Abschluss gewesen. In der Helden-Storyline. Aber... Eine Sache gibt es hier noch zu erledigen. Es wird Zeit für eine kleine Nahaufnahme des Heldenmörders mit seinen abschließenden Worten. Wodurch die Schurkenliga auf jeden Fall ein bisschen mehr an Ansehen kriegte und dann natürlich auch noch ihre verrückten Mitglieder hinzukriegte. Allen voran... ...dem Mann mit dem Höllenfeuer... ...dann ich... ...dann ich... ...dann ich... ...und er durchgeknallt. Um... Ich bin... ... 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 God, der quént! ... Gegen Nomu. Beginnt. Und endet sogleich. Wulch? Alles. Immediately. Für den 세상! Es ist alles. Alle. Alles. Für den göttlichen Gesellschaft. Ach ja, wir bleiben unserem S-Rang jetzt wirklich mehr als treu. Wir sind also doch mehr Schurke als Held. Ich bin nur ein Held. Ich bin doch, was ich zu mir? Ich bin nur der Allmite! Oh, oh, oh. Ich bin nicht so gut. Was sind die Nome? Warum haben die Gäste? Ich weiß, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist. Ich weiß, dass es nicht so gut ist. Die Hero-Groß war ein Mann-Sin-Song. Er hat einen Endeavor aufgerufen. Er hat sich nicht so gut gemacht. Er hat sich nicht so gut gemacht. Die Hero-Groß-Groß-Groß-Groß. Ich kann mich darum, dass Sie immer auf die Bühne zurückkommen sind. Ich glaube, es ist alles in morgen.